Guten Tag meine Damen und Herren, ist jetzt Ihre Wunschaktie kaufenswert? Ja, diese Frage beantwortet uns die technische Analyse. Und in diesem Video möchte ich dies an einem Beispiel, nämlich der Mercedes-Benz Aktie zeigen. Wir sehen den Tagesschart der Mercedes-Benz Aktie mit verschiedenen Möglichkeiten, nämlich hier gleitende Durchschnitte, Fibonacci Retracements und auch Chartformationen. In diesem Fall befindet sich die Mercedes-Benz Aktie in einem intakten Aufwärtstrend und könnte folglich Einzug in Ihr Depot finden. Welche Möglichkeiten die technische Analyse für Sie als Anleger bietet, ja das erfahren Sie in unserem Buch Wohin fließt das Geld, welches ab sofort bestellbar ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017